Aber ich muss definitiv jetzt auch wieder neue Samen kaufen Sonst kann ich das alles nicht mehr pflanzen Zack, zack Das verkaufe ich den ganzen Rest Hier, verkaufen Okay, 23 davon Das ist halt viel zu wenig Das reicht vorne und hinten nicht Da muss ich gucken, ob ich jetzt neue kriege Bei Eden Sonst habe ich ja nicht wirklich etwas, was ich jetzt noch unbedingt pflanzen müsste Zumindest jetzt nichts, was ich direkt wüsste Okay, zack Ich sollte wieder was essen Das vergesse ich jedes Mal Hier, diesmal drei Stück Und für den Winter haben wir wirklich eine Menge zu tun Eigentlich will ich das Feld da hinten auch haben Ich meine, so wie es aussieht, kann ich anscheinend sogar noch einmal nach hinten gehen Zack, neuner Feld 27 8, 9 18 21 20 30 39 42 45 48 49 Stimmt das? Ich habe mich doch bestimmt verrechnet 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Doch, 49 stimmt Stimmt sogar sehr gut Okay, 3 werden definitiv mit den Pandarinen voll Aber da muss ich natürlich wieder gucken Okay 2 2 hier Und 1 2 Hier kommt der rein 1 2 Das ist bedeckt 1 2 Und hier kommt der Der nächste rein Das würde bedeuten Das würde bedeuten Das hier 1 2 Er bedeckt Ich hier einen dieser Pandarinen hinbaue Ja Ja Hier Ich hier Und hier In einer Reihe Und auch nicht weiter Dann hätte ich hier wieder 1 2 Hier mit den nächsten Zumindest wenn ich das mit dem nächsten machen möchte Dann kann ich hier und hier die anderen Ja Zack Zack Das passt so Okay Gucken wir uns erstmal den Rest an Bevor ich weiter kaufe Hier ein paar Locukosnusse Ja das mit dem Regen ist schon echt praktisch Dass man nichts mehr gießen muss Okay hier ist schon voll Ein bisschen was von unserem Erz Okay Verdächtiger See Kühlbeere und Hartholz Okay Den Kruster können wir hier wieder behalten Ich kann hier nochmal neun Stück machen Dass ich nochmal ein paar mehr Sachen zur Heilung habe Jetzt muss ich mit 18.000 gucken Wie ich das Riesenfeld hier wieder besträube Das ist schon wieder so eine Herkulesaufgabe Gemischtwarenhandel Hast du wieder volles Lager für uns Okay Ich kann hier wieder alle drei Sachen theoretisch pflanzen Ich meine Davon bräuchte ich definitiv noch 15 Das dauert jetzt sieben Tage Es ist schon Halleluja Das ist eine Ansage Aber hier nur Ja 50 50 4.500 Wenn ich mir das so überlege Ich darf und 50 Und darf 15 10 Ich meine Ja Ich meine Da wäre meist natürlich auch nicht schlecht Und zwar ganz und gar nicht schlecht Wenn ich mir die Zwiebeln 50 Stück Und das mit den Auberginen Mit den Königsauberginen Tut mir leid Das ist so eine Sache Ob ich das jetzt nehmen sollte Oder nicht Wenn sieben Tage Das ist schon fast vorbei Weil ich glaube ich könnte sie nur einmal Pflücken Und das wäre es Und da ist das mit dem Geld Schon wieder nicht wert Weil ich das nicht Ganz wieder rein kriege Und jetzt darf man noch 11 Dann haben wir davon 20 Dann haben wir 70 neue Samen Das sollte erst mal reichen Bis ich wieder ein bisschen Kohle habe Oh genau Ich will gucken Was die nächste Erweiterung kostet Wenn die jetzt 50.000 kostet Dann Aua 40.000 Macht es nicht besser Aber echt nicht Das macht sowas von nicht besser Und geht zurück nach Hause Okay zack Bevor ich jetzt aber weiter weg gehe Möchte ich das nehmen Ich meine ich muss ja nicht Bis zum letzten Drücker warten Mit dem ganzen Hier Sprinkler Level 2 Ich kann hier definitiv Drei Stück herstellen Zumut verschwende ich den Tag Heute auch noch für die Farm Aber ich würde da echt gerne Noch welche haben Ich meine das mit dem großen Wasser Da muss ich gucken Wie ich die herkriege Genauso wie mit den Lorelei Drehen Okay Morgenmais ist erst mal voll Jetzt mit den Auberginen sage Ich habe 15 Stück Ich brauche 35 Das würde nicht reichen Also ich würde das nicht mehr schaffen Meine Farm ist auf Level 5 Okay Dann gucke ich erst mal Wo ich die hin tue Okay 1 2 1 2 Hier müsste ich Den ersten Sprinkler hin tun Denn 1 2 ist noch für den Denn 1 2 Sprinkler Ja Ja Wer macht denn bis hier Denn 1 2 Nächster Ich meine der macht sogar noch 1 zu weit Aber mit der Reihe hätte ich es denn Die ganze Reihe hier Ich meine hier werde ich dann noch den einen hin tun Und danach Der würde noch 1 2 Müssten Müssten 4 Abstände sein 1 2 3 4 Perfekt Ok 1 2 3 4 Hier wäre der nächste Der würde Den Baum sogar fertig machen Ja doch den pflanze ich Der geht dann 1 2 Hier Der macht die fertig 2 1 2 Hier wäre dann wieder der nächste Perfekt Als ob ich es ausgemessen hätte Also eigentlich ein voller Erfolg Ich meine wir haben jetzt wirklich Ein paar von den Sprinklern wieder Die zwei da oben ist noch 1 Eine Ecke die leer ist Und die Zwiebeln Das kriege ich voll Oh ich habe da sogar einen übersehen zu Ähm Pflügen Ok bevor ich da weitermache Ok Hier sind die Pandarien Und die Pandarien muss ich mich erstmal nicht kümmern Genauso wie hier die Sachen die ich neben den pflanze Ich meine ich brauche noch so viele mehr Sprinkler Das ist der Wahnsinn Ich habe sogar noch mal 10 übrig Super Den behalte ich für da unten Bis ich den Kürbis gepflanzt habe Wo ich jetzt die anderen herbekomme Ist natürlich eine ganz große Frage jetzt Aber hey Das werde ich auch noch rausfinden Hier muss ich in die kleine Siedlung Die kleine Siedlung war hier Warte es tut mir leid Dass ich dich so plötzlich herbestellt habe Ist schon gut Ich wollte die Leute hier zu Amadeus befragen Wegen dem was Molder gesagt hat Dass Amadeus sterben wollte Das hat mich einfach nicht losgelassen Gut erkunden wir uns Wir wissen dass hier Leute leben Also finden wir sicher jemanden Den wir fragen können Gehen wir Bezeugen haben sie einen Moment Oh ein Fremdling Die sieht man hier selten Was kann ich für dich tun Es geht um Amadeus Ich wollte wissen Ob sie mir vielleicht etwas Über ihn erzählen können Du meinst Professor Amadeus Er war eine gute Seele Gut Nun er war nicht immer leicht Zufriedenzustellen Aber er war stets nett zu den Kindern Und er war so klug Er konnte einem wirklich alles beibringen Das Mischen von Heilkräutern Wie man effizient jagt Alles Darum nennt man ihn den Professor Genau Obwohl er diesen Namen Irgendwie nicht leiden konnte Er schien ein netter Kerl zu sein Ja wir sind ihm alle sehr dankbar Aber ich habe schon genug getratscht Wenn ihr noch mehr wissen möchtet Dann fragt doch den Dorfältesten Verstanden Wir werden es probieren Vielen Dank Dass sie so viele Informationen Preis gegeben haben Preis gegeben Kein Grund so förmlich zu sein Klingt als wäre Amadeus Für die Leute hier äußerst Wichtig gewesen Was meinst du woran das lag Reden wir mit dem Ältesten Mal sehen ob wir noch mehr rausfinden können Sie sind der Dorfälteste oder Das bin ich und ihr seid Frage ich bin Söldner Und das ist Vathos Sehr gut Nun kann ich helfen Erzählen sie uns bitte von Amadeus Amadeus was Ihr habt ihn auch gejagt nicht wahr Ja ich dachte sie sollten wissen Dass Amadeus ein Ein Geweihter war Erwähnte dass er eine Art Katastrophe Für uns Menschen sei Er sagte es ihnen selbst Und Amadeus Und Amadeus fügte den Bewohnern der Siedlung Nie Schaden zu Nein in seiner ganzen Zeit hier Verletzte er niemanden Und das soll ich ihnen abnehmen Amadeus war Geweihte werden einzig und allein dazu geboren Menschen zu fressen Und sie wollen mir weismachen Dass er nie auch nur einen Dorfbewohner verletzt hat Er war ein schmerzerfüllter Mann Dieser Amadeus Voller Schmerz vom ewigen Kampf Gegen das Verlangen Menschen zu verschlingen Aber warum Er flehte um seinen Tod Er wollte das Schicksal beenden Das ihm auferlegt worden war Er bat sie es zu tun Er bat mich ständig es zu beenden Genug der Lügen Dieses Monster ist Er nahm alle in meinem Dorf das Leben Und sie erzählen mir das Er plötzlich ein schlechtes Gewissen bekam Ich werde Amadeus Beweggründe nie verstehen Aber er sagte mir eins Dass er keine andere Wahl hatte Wenn man als Geweihte geboren wird Gibt es keine Hoffnung Auch Amadeus rang damit Mir fällt es trotzdem schwer Verständnis dafür aufzubringen Es obliegt mir nicht Euch zu bitten Ihm zu vergeben Ihr solltet nur wissen Dass er mir Sich rang Von seiner Ankunft in diesem Dorf Bis zu seinem letzten Atemzug Das solltet ihr nicht vergessen Na gut Alles in Ordnung Mir geht es gut Ich habe hier mehr über Amadeus erfahren Als ich gedacht hätte Molder Amadeus Ich Wir sind alle gleich Molder wurde von seiner Verlangung Nach Rache erfüllt In seiner Verzweiflung Wünschte er sich dann den Tod Amadeus wurde jegliche Hoffnung genommen Als er als Geweihter zur Welt kam Und ich Ich sitze rum und warte Auf ein ähnliches Schicksal Nein, das stimmt nicht Ich wandle nicht auf denselben Pfad wie sie Du bist nicht allein, Praka Du hast recht Molder Amadeus Ich werde herausfinden Was nach der Rache kommt Danke, dass du mitgekommen bist, Vathos Ich kehre zurück nach Agen Du kannst machen, was du willst Ich schicke dir bald einen Brief Triff mich dann am Versteck Die Stärke der Bewältigung Das ist hart Gerade für Praka Okay, es gibt noch eine Ebene Wo ich noch nicht war Ich brauche mehr von diesen Wasserkristallen Aber die kriege ich Wahrscheinlich nur im Schrein Ich meine, ich wüsste nicht, wo sonst Ich meine, ich kann ja mal kurz im Schrein vorbeigucken Und gucken, ob ich hier noch einen kriege Auf die Schnelle jetzt gesehen Ich meine, ich kann es ja zumindest versuchen Ich meine, ich kann ja auch schnell hier welche töten Ich meine, die sind ja wirklich schwach unterwegs hier Und ich könnte auch endlich einen von denen besiegen Oh, er ist schwach Okay, er ist nicht schwach gegen mich, sondern Schwach gegen Gift gewesen Fast schon schade Okay, nein, das ist auch nicht ganz seine Schwäche Oha, was macht das? Ausdauerregen, ne? Okay, dann esse ich lieber das hier Er ist da echt gut gegen das alles hier geschützt Aber er ist halt schwach gegen Gift Ach stimmt, und er macht das mit dem Essen, dass es helpiert wird Okay, den haben wir jetzt getötet Schlichter Heldenring schon wieder Okay, wo ist das nächste, wo ich Sachen bekommen kann? Ich meine, das ist ein Gestein Also da drüben Dann versuche ich mal hier rüber Ich meine, ich kann ja unterwegs auch töten, ne? Aber bringt mir halt nicht viel Okay, da kann ich ein paar Sachen abstauben Ja, okay, doch Die Kerne kriege ich hier Okay, dann muss ich halt Mal hier auch kurz vorbeigucken Wie ich das mit dem Kern mache Aber hier würde ich sie auf jeden Fall schneller kriegen Oh, ich kann ja jetzt vielleicht für's Wenn ihr hết Ach, ich mich vill Ich Fashion Ja, ich hab' ㅠㅠ